Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind im Jahr 1843 und es gibt interessante Entwicklungen jenseits des Schwarzen Meeres. Im Osmanischen Reich gibt es einen Putschversuch, einen osmanischen Militäraufstand. Und die Frage ist, ob wir diesen nutzen können, um eigene Interessen irgendwie durchzusetzen in der Region. Idealerweise zum Beispiel Moldawien unabhängig vom Osmanischen Reich machen oder vielleicht sogar uns übertragen lassen. Das wäre eine coole Sache, denn sie sind Protektorat der Osmanen. Das wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit. Insofern lassen wir mal ein bisschen laufen, bis wir hier im Diplomatie-Spiel dann auch eingreifen können. Derweil werden Eisen, Minen, Lohansman und Moskau gebaut. Sehr, sehr gut. So, jetzt ist der Moment und sofort, sofort stellen sich die Franzosen auf die Seite der Osmanen. Okay, das ist natürlich, wurde auch beeinflusst. Ja, genau. Das ist natürlich ungünstig, weil die Franzosen eigentlich gerne mit denen uns gut verstehen wollen. Na, wir schauen mal, was hier denn überhaupt möglich ist. Wir gucken mal hier rein und gucken mal. Also, auf der Osmanischen Seite können wir nichts anbieten. Und hier sehe ich gerade, ach, das ist ja schade. Okay, wir können nur eine Verpflichtung erlangen. Und das Übertragen von Staaten geht nicht, weil ganz offensichtlich, ah, das finde ich ein bisschen schade, spielmechanisch. Skopje, Mazedonien, wohl, hm, wartet mal. Nee, tatsächlich. Sie können offenbar nur Dinge uns versprechen, die sie selber besitzen. Das finde ich deshalb ein bisschen schade, weil bei einem normalen Krieg ist es ja so, also bei so einer normalen Konfliktsituation, dass man logischerweise dem anderen etwas vom Feind verspricht. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Also, offenbar kann der Osmanische Militäraufstand uns nichts vom Osmanischen Reich versprechen. Das ist wirklich schade, weil das wäre ja durchaus realistisch. Nach dem Motto, ihr helft uns hier gegen die Osmanen und dafür bekommt ihr, keine Ahnung, eben Moldawien oder die Wallachai oder sowas alles. Ja, schade. So würde ich sagen, lohnt sich das nicht für ein reines Gefallen. Da lohnt sich hier kein Krieg und dann auch noch gegen Frankreich. Nein, leider müssen wir davon Abstand nehmen und auch auf osmanischer Seite gibt es, wie man sieht, nichts, was sie uns anbieten würden. Okay, also das war leider etwas zu früh gefreut. Nun gut, dann kümmern wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten und schwinden Interessen schon wieder. Nordafrika, Nil. Aber warum eigentlich? Warum schwindet das immer wieder? Und während ich eigentlich ja das Potenzial dazu habe mit 21 von 23? Ich verstehe es nicht. Wir bekunden erneut das Interesse, aber bleiben etwas ratlos zurück. Okay, gucken wir nochmal ökonomisch. Da gibt es einiges, was wir erledigen müssen. Als erstes habe ich mir nochmal angeschaut, was in den neu angeschlossenen Gebieten passiert. Und da habe ich gesehen, da wird doch in Größenordnung Artillerie hergestellt. Also es gibt Fabriken hier. Und das ist eigentlich unschön. Das wollen wir eigentlich gar nicht haben, weil wir wollen die ja hier konzentrieren in Luhansk. Die sind auch nicht, die sind auch überhaupt nicht, ja, Wettbewerb sehe ich so richtig, naja, so halb. Aber hier wird nicht viel produziert. Wir setzen die zurück und hier wird gar nichts produziert. Die wird auch zurückgesetzt, sodass wir jetzt eigentlich nur in Luhansk haben. Blöderweise ist Buhara jetzt in unserem Markt, klar, ist unser Protektorat. Und die produzieren ziemlich viele Kanonen, was hier so ein bisschen den Preis durcheinander bringt. Aber das Ganze sollte jetzt lukrativer werden. Und wenn wir hier selber Eisen produzieren, wird das Ganze auch noch besser. So, dann haben wir hier angefangen, hier Stahlwerke aufzubauen. Das bedeutet, wir müssen aber auch erstmal eine Nachfrage für Stahl schaffen. Deswegen schalten wir hier um auf Stahlwerkzeuge. Dann sollte die Produktion jetzt hier aber anlaufen. Und ich will weiterhin, weil es dort am lukrativsten ist, in Kiew nochmal die Regierungsverwaltung ausbauen. Und die Frage ist, Papier könnte man hier auf, ach nee, wir sind schon so viel Blei, dann bau das auch nochmal aus. Das ist schon okay. Und vielleicht sollten wir dann mal gucken. Aber wir können hier auch umbauen. Dann gehen wir mal hier auf die atmosphärische Dampfmaschine. Warum ist jetzt Stahlknappheit? Ja gut, das wird sich gleich erledigen. Okay, das sind die ersten ökonomischen Entscheidungen. Ich werde mich jetzt tatsächlich vor allem, also die neue Strategie ist, aber wir gucken erstmal, Massenkommunikation ist freigeschaltet, plus 10% Autorität. Jetzt sind wir sogar wieder bei über 100. Und im Übrigen auch Bürokratie ist wieder im positiven Bereich, zum Glück. So, jetzt war unser eigentliches Ziel Nationalismus, weil wir dann Richtung China agieren können. Aber es gibt natürlich ein zweites, sehr attraktives Ziel, gerade im gesellschaftlichen Bereich und das ist das Zentralarchive. Das erhöht enorm die Besteuerungskapazität. Das würde uns auf einen Schlag ziemlich viel Geld bringen. Andererseits, das Problem ist, es dauert halt fünf Jahre. Das ist echt eine lange Zeit. Hilft uns nicht was anderes vorher besser weiter? Was ist denn Börsenplätze? Oh, oh. Marktzugriff, Preisveränderung. Das ist relevant. Oh ja, das würde uns allgemein sehr helfen, wenn wir die Bedeutung der Ortspreise reduzieren können. Oh. Das ist wirklich bedeutsam. Okay, das ist eine gute Sache. Protektionismus, Freihandel und Partei der friedlichen Erneuerung. Ja, Parteien haben wir ja noch nicht, aber das gefällt mir, die Börsenplätze. Wir gucken mal im militärischen Bereich. Das sind auch noch drei Jahre. Wie viel sind wir hier? Naja, fast drei Jahre. Das ist alles der gleiche Bereich. Militär ist jetzt für uns wahrscheinlich nicht so entscheidend. Das Bessmerverfahren für Stahlwerke ist wahrscheinlich auch noch nicht so wichtig und intensiver Ackerbau auch nicht, würde ich sagen. Wir machen das. Ich finde die Börsenplätze gut. Die Sache mit dem Ortspreis ist wirklich wichtig für uns. Okay. Gut. Spannend ist jetzt, wie das hier in Perm weitergeht mit den Stahlwerken, die wir umgestellt haben. Also wir haben eine Nachfrage erzeugt. Und 37 Stahl wird gleich gewünscht. Da müsste jetzt aber eigentlich die Beschäftigung richtig gut ansteigen. Weil sowohl Kohle als auch Eisen sollte relativ günstig da sein. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Es kommt langsam. Es wird langsam kommen. Da bin ich optimistisch. Im Übrigen hier. Thema Glaubensfreiheit. Okay. Hier ist Embargo. Thema Glaubensfreiheit. Die Sache brauchen wir vielleicht doch noch nicht so schnell aufgeben. Denn ich habe gesehen, das kann man relativ schnell wieder versuchen. In acht Monaten. Und wir würden mit einer 38% Chance starten. Das ist schon interessant. Weil jetzt von Anfang an dann auch hier Yevgeny mit dabei wäre. So, was ist hier passiert? Texas kolonisiert. Und es gibt einen Comanchen-Aufstand in Mexiko. Okay. Und in Italien ist was los, oder? Nee, Quatsch. Das ist. Oh Gott, peinlich. Richtig peinlich. Das ist der Comanchen-Aufstand. Ja. Das ist Mexiko. Okay. Also in Moskau haben wir die Mine zurück. Äh, ausgebaut. Ja, Preis reduziert sich jetzt langsam. 34%. Das ist doch in Ordnung. Wir haben hier sehr, sehr viele Werkzeugfabriken. Eigentlich müssten wir hier auch Stahlproduktion starten. Und die große Molasseflut. Ein Lagertank, der bis zum Anschlag voller Molasse für die Rum-Produktion war. Wo stellen wir denn bitte Rum her? Ist geplatzt und hat die Straßen im Industriegebiet von Karagandhi. Okay. Unsere neu eroberten Gebiete oder Eingegliederten. Überschwemmt, dutzende Menschen getötet und hunderte von Unbeteiligten verletzt. So, wir können das Ganze schließen. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich unwichtig. Die kriegt einen reduzierten Durchsatz. Aber die wird, das wird für uns jetzt nicht von riesiger Bedeutung sein. Da bin ich mir recht sicher. Okay. Gut, hier toben die ersten Schlachten. Ja, hier gibt es kleine Erfolge auf beiden Seiten. Ein Bauernaufstand scheint sich einigermaßen... War das nicht zuerst ein Militäraufstand? Warum ist das jetzt ein Bauernaufstand? Ja, wahrscheinlich, weil die Landbewohner mächtiger geworden sind als die Streitkräfte. Ja, gehört zu den Grundbesitzern. Okay. Wobei, einen Grundbesitzer, den würde ich jetzt auch nicht als normalen Bauern bezeichnen. Den Bauernaufstand, da stelle ich mir was anderes vor. Aber gut. Wir stecken nicht drin. Das sind die osmanischen Geflogenheiten dort. So, wir müssen uns aber... Wir haben die nächsten Eisenminen in Moskau. Wir müssen uns überlegen, wie wir weiter ausbauen. Und ich denke, wenn Moskau jetzt mal die Stahlindustrie starten, beziehungsweise wie sieht es hier aus? Eisenminen, Eisenpreis deutlich reduziert. Sehr schön. Damit Kanonengießerei gut am Start. Volle Beschäftigung, günstige Kanonen für uns als Staat hervorragend. Ja, sehr schön. Dann... Ja, wir machen mal in Moskau weiter. Das gefällt mir eigentlich. Wie sieht es allgemein aus? Ach, Besteuerungskapazität ist ja auch eine Katastrophe. Infrastruktur ist auch schon wieder fast... Ah... Ja, aber mehr können wir hier nicht machen. Wir haben den Erlass auch schon. Das ist so ein bisschen das Problem in Moskau. Wenn wir da jetzt mehr ausbauen, gibt es auch mehr Probleme. Kohlemine. Will ich hier wirklich jetzt schon die Stahlindustrie haben? Kohle ist auf jeden Fall ein großes Thema. Machen wir mal doppelt. Okay, da gibt es einen Frieden. Vermutlich einen Siegfrieden in den Vereinigten Staaten. Okay, aber es sieht so aus, als ob die Osmanen hier nicht wirklich gut vorankommen gegen ihren Gegner. Die Franzosen sind aber jetzt auch schon da. Die sind dort erfolgreicher, wahrscheinlich auch technologisch stärker aufgestellt. Viel besetzen können Sie vermutlich nicht. Und es geht gleich richtig zur Sache. Der nächste Konflikt bricht aus. Und zwar zwischen Preußen und Österreich. Es geht um die deutsche Führung im Einigungsprozess. Und sie wollen Tirol und Südtirol erobern. haben eine Menge Kleinstaaten hinter sich und Österreich sehr wenig. Hm. Ist das für uns eine Gelegenheit? Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wer sich da sonst noch einmischt. Es könnte natürlich sein, Preußen hat das clever geteilt. Frankreich wird jetzt vermutlich beschäftigt sein mit seinem Krieg zugunsten der Osmanen. Und es könnte sein, dass sie sich nicht in Preußen einmischen. Gut möglich. So, ich glaube, im Juli können wir den nächsten Versuch mit der Glaubensfreiheit starten. So, Österreich hat Preußen ein Embargo belegt. Bisher mischt sich niemand ein und Preußen versucht uns jetzt zu beeinflussen. Ja, das ist jetzt ein spannender Punkt. Was bieten sie uns dann an? Ah, okay, jetzt kommt die Verpflichtung. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Jetzt müssen wir wohl ohne irgendwas großartig verlangen zu können. Okay, sie fordern eine Verpflichtung, eine Ablehnung. Stark verminderte Beziehung wollen wir eigentlich nicht. Verminderte Beziehung zu allen anderen Ländern, denen wir eine Verpflichtung schulden, gibt es nicht. Vermindertes Prestige ist auch schlecht. Langsameres Abklingen von Verrufenheit, das ist sehr schlecht. Und weit verbreitetes Misstrauen gegenüber neuen Verpflichtungen von uns für einen Zeitraum von fünf Jahren. Ne, das können wir nicht in Kauf nehmen. Wir müssen jetzt hier rein. Preußen zieht uns jetzt in diesen quasi Ersten Reichseinigungskrieg. Okay, ich meinte, wir können das... Ah, übrigens, die Osmanen sind jetzt doch deutlich erfolgreicher. Wir können das versuchen... Ja, wir gucken mal, was die Österreicher uns da entgegenstellen. Ich will da jetzt auch nicht einen riesen Aufwand machen. Das kostet ja alles Geld. Aber wir nehmen an. Geht nichts. Wir nehmen an und sind auf preußischer Seite gegen Österreich dabei. An dieser ganz langen Front auch noch. Das heißt, wir können uns hier, glaube ich, nicht auf ein bestimmtes Frontstück zurückziehen. Okay. Wir könnten sagen, dass wir einfach nur defensiv stehen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben dafür auch einen ganz guten Charakter mit Chang'e-Shop. Der ist hier durch seine Vermesserfähigkeit. Hat er offensiv-defensive plus 10%. Ich würde sagen, wir warten mal ab. Das hier ist unsere Front. Okay, die würde bis dort gehen. Wir warten mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, das ist hier mein Fehler. Österreich hat jetzt begonnen, die Beziehung zu beschädigen. Ja, damit ist das jetzt quasi entschieden. Österreich wird vermutlich für längere Zeit unser Feind sein. Das ist aber auch nur folgerichtig, möchte ich erwähnen. Denn wir gucken ja immer auch auf die Osmanen. Und wenn wir uns anschauen, die Haltung zu den Osmanen, da haben die Österreicher eine herzliche Haltung. Insofern sowieso skeptisch. Die Preußen allerdings auch. Aber vielleicht ändert sich ja jetzt das durch diesen Konflikt. Also wir warten auf jeden Fall noch mal ein bisschen ab, bevor wir mobilisieren. Ich bin mal gespannt, ob noch jemand auf der anderen Seite reingeht. Weil wenn nicht, dann wird das doch leichtes Spiel, würde ich sagen. Für Preußen. Wir werden minimal Druck machen. Verteidigungspakt mit Moldawien gebrochen. Ach, schade. Ist bei denen irgendwas passiert? Sind immer noch Protektorat. Haben eine kriegslüsterne Haltung. Sehen uns als Eroberungsziel. Das ist natürlich sehr skurril. Okay. Französische Streben. Frank hat verkündet, dass die eigenen natürlichen Grenzen. Ja, okay. Frankreich ganz schön aggressiv. Die Osmanen werden vermutlich da unten sehr schnell gewonnen haben. So, und hier kommen die Preußen. Ist das die einzige Front dieses Krieges? Es sieht ganz so aus. Ne, beziehungsweise hier gibt es noch weitere Fronten. Naja, hier haben wir noch eine Front. Die werden wir aber nicht bedienen. Tja, der Moment ist gekommen. Wir müssen Geld ausgeben. Wir müssen mobilisieren. Ich denke, die Erste Armee. Also, wenn wir die Offensive geben wollen, ist die Zweite Armee die Bessere. Aber es ist die Frage, ob wir das wirklich wollen oder ob wir nicht einfach defensiv stehen wollen. Und die Preußen, wenn wir die Preußen arbeiten, die Armee arbeiten. Andererseits, je besser wir performen, umso schneller ist der Krieg auch zu Ende. Ich werde, glaube ich, die Zweite Armee mobilisieren. Und die wird an die Front entsendet. Und dann schauen wir mal. Wir haben Michael Vorontsov. Der ist... Ja, der ist offensiv, ist ja ganz gut dabei. Hier direkt. Und er ist offensiv allerdings auch mit seinem Artilleriebefehlshaber. Sorgfältig. Wir lassen die beide in der Offensive. Das wird schon. Und im Notfall mobilisieren wir noch die andere. Was? Frankreich stellt sich auf die Seite Österreichs ernsthaft? Oh nein. Okay, dann wird es doch kein so schneller Sieg für Preußen. Das ist natürlich bitter. Das könnte bedeuten, dass Preußen... Ach, wurde beeinflusst, ja. Ich hätte erwartet, weil Frankreich jetzt sich hier involviert, mischen sie da nicht mit. Das heißt, Preußen muss sich ein Stück weit auch hierauf konzentrieren. Und wird möglicherweise uns jetzt hier die Kriegsführung überlassen. An dieser Front, ich bin mir nicht sicher. Franzosen rücken hier aber auch vor. Ne, ne, sie behalten hier ziemlich viel. Das Erste Armeekorps, das Zweite Armeekorps, das Gardekorps... Scheint doch so ihre Hauptfront zu sein. ...der wir im Moment auch dominant sind. Oha. So, das kostet viel Geld jetzt, dieser Krieg. Können wir nicht noch irgendwie... Ne, wir können nichts weiter verlangen. Dadurch, dass wir diesen Gefallen dort vergeben haben. Ja, die Franzosen wollen das Rheinland haben. Und die Preußen wollen Tirol und Südtirol. Was wollen die damit? Was soll das? Ich meine, da haben die noch nicht mal eine eigene Grenze in die Richtung. Bemerkenswert. So, leider... Leider wird Frankreich jetzt feindselig uns gegenüber. Für diese Anti-Großbritannien-Koalition ist das alles eine sehr schlechte Entwicklung. Immerhin Großbritannien erklärt Neutralität. Sachsen auch. Und damit wird es jetzt gleich zur Sache gehen. Die Frage ist, wir sind im Juni. Wir gucken mal, wann können wir die Geschichte wieder beschließen. 39 Prozent schon. Vier Wochen müssen wir noch warten. Also Ende Juli. Wenn wir nebenbei vielleicht die Gelegenheit nutzen, so ein Gesetz durchzuprügeln, wäre ja auch nicht schlecht. So, Krieg mit Österreich ist ausgebrochen. Zu den Waffen. Okay, also an dieser Front sind wir zumindest zahlenmäßig, kräftemäßig überlegen. Aber nein, was ist denn hier? Keine Armeen vor Ort, aber auf beiden Seiten keine Armeen. Das ist ja auch verrückt. Und hier sind die Österreicher überlegen an der Front. Findet sogar schon eine aktive Schlacht statt. Den aber tatsächlich die Franzosen verlieren, weil die Defensive hier sehr, sehr gut ist. Okay, es geht zur Sache. Wir verfolgen jetzt vor allem unsere Front. Unsere Seite ist offenbar auch die einzige, die hier im Vormarsch ist. Und wir sind auch die Ersten, die angreifen. Und tatsächlich kämpfen wir gegen die Franzosen, die mit einer sehr starken Defensive hier stehen. Boah, unsere Offensive ist nicht so dolle. Außerdem haben wir schlechte Sicht. Okay, die Schlacht geht schon mal verloren. Da gibt es eine Kolonie. Aber es gibt ja jetzt Schlachten gleichzeitig an einer Front. Sehr spannend. Auch hier Russland gegen Österreich. Auch hier die Defensive des Gegners. Zu stark für uns. Tja, liebe Leute. Vielleicht wäre es doch besser, wenn wir den Preußen die Offensive überlassen. Immerhin, wir haben das Bankwesen freigeschaltet. Und diese 10% Gelddruck, die scheinen auszureichen, um uns im Krieg mitten ins Positive zu bringen. Wahnsinn. Hervorragend. Was ist hier los? Ja, Handelsroute ist jetzt im Moment nicht aktiv. Und verwundbare Front. Ja, also das ist mir auch nicht erklärlich. Ich hoffe, die, ich meinte 33 Tage, die Afrika-Armee der Franzosen. Ich hoffe, die Preußen besetzen jetzt diese Front. Alles andere wäre wirklich fatal. Aber wir sehen, dass noch nicht mal eine Armee unterwegs ist. Das ist wirklich fatal. Okay, Leute, ich würde sagen, beide unsere... Ne, passt auf. Wir werden das jetzt verändern. Nein, wir sagen, wir verteidigen diese Front. Vielleicht haben die Preußen bessere Offensivkräfte überhaupt. Schweres Sperrfeuer. Das ist natürlich interessant. Das könnte noch was bringen. Erhöht die Tötungsrate und den Moralschaden. Versuchen wir das zumindest hier mal zu machen. Mit Pavel Grabel. Vielleicht ist das noch erfolgversprechender. Aber erstmal wird Pavel gerade ziemlich verdient. Gibt es an der Seite irgendwelche Offensiven? Wir sind echt die Einzigen, die jetzt in die Offensive gehen. Okay. Toskana, Kirchenstaat. Haben Rivalität erklärt. An der Front sieht es hier auch nicht gut aus. Hier sind die Österreicher im Vormarsch. Und hier? Acht Tage ist die Afrika-Armee da. Und niemand verteidigt hier. Das heißt, die können hier alles besetzen. Was ist das für ein Wahnsinn? Was ist das für ein Wahnsinn? Ja, preußische Truppen sind da. Da sind französische Truppen. Das ist eine größere österreichische Armee. Ja, die Schlacht ging verloren. Dementsprechend jetzt auch unsere Moral. Ziemlich gering. So, wer ist hier gestorben? Michael Speranski. Zu welcher... Jetzt ist das weggegangen. Zu welcher Interessesgruppe gehört er? Die Nachricht ist weg. Ich würde es gerne erfahren. Ich habe das natürlich jetzt nicht in Erinnerung. Wir gucken mal. Das sind, glaube ich, die gleichen gebliebenen. Benkendorf, der kommt mir auch bekannt. Friedrich von Berg. War der schon immer oder ist der neu? Bin ich mir nicht sicher. Und Alexey Bobrinski, den haben wir noch nicht kennengelernt. Okay, er ist... General. Sorgfältig, politische Stärke, das ist nicht schlecht. So, jetzt müsste es aber so weit sein, dass wir nochmal versuchen können, die Glaubensfreiheit durchzubringen. Und mit 39 Prozent sieht das doch deutlich besser aus. So, das heißt aber, der Landadel ist erstmal wieder sauer. Ebenso wie die orthodoxe Kirche, wohingegen die Intellektuellen einigermaßen zufrieden mit uns sind. Das ist doch schön. So, geht es jetzt an dieser Front überhaupt voran? Vormarsch-Zuwachs für die russische Seite. Aber, ach so, ja, natürlich. Das ist wieder unser Artillerist. Warum machen die Preußen nichts? So, wo haben wir jetzt hier eine Schlacht? Das ist jetzt Grabbe. Aber erneut der Gegner mit einer zu starken Defensive. Zumal er sich jetzt auch noch verirrt hat. Ja gut, das kann ja nichts werden. Und es gibt wieder die Protestbewegung. Okay. Gott sei Dank, die Radikalität nicht so hoch. Verirrt. Gesicherte Logistik ändert leider nichts an dem Schlachtverlauf. Und jetzt ändere ich die Strategie. Wir gehen jetzt auch mit ihm auf Frontverteidigung. Das bringt doch hier nichts. Wenn die Preußen selbst nicht vorangehen, werden wir nicht für sie kämpfen, würde ich sagen. So, ich sehe aber gerade, wir bauen aktuell nichts. Das ist schlecht. Da müssen wir agieren. Ich gucke mal auf den allgemeinen Markt. Klar, wir haben jetzt Probleme mit Luxusmöbel, Luxuskleidung. Weil die Handel zu Routen nicht laufen. Das werden wir jetzt im Krieg kaum kompensieren können. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf unsere allgemeinen Themen. Schwefelminen. Da können wir kaum was machen. Alles gut. An dem Preis können wir nichts großartig verändern. Gucken wir mal nach Moskau. Meine Güte, was für Einnahmen wir jetzt haben. Bürokratie ist jetzt auch sehr stark zurückgeflossen. Wir können auch wieder überlegen, ob wir Staaten hier inkorporieren. Weiter. Ich denke, wir machen das mal. Behalten aber ein bisschen Bürokratie über. Wir starten hier mal mit Lettland. Und 1,2 Millionen. Und Tomsk. Ebenso. Das dauert auch nur zwei Jahre. Ist insofern sogar noch wichtiger. Gut. So, aber was bauen wir? Wir gucken mal uns die üblichen Verdächtigen an. Moskau. Kohlemine Moskau läuft. Das ist gut ausgeglichen. Eisenminen plus 32 Prozent ist aber ganz okay, würde ich sagen. Man könnte überlegen, ob man in Moskau ein Stahlwerk jetzt mal etabliert. Und ich würde sagen, das machen wir. Brauchen wir hier eben ein Stahlwerk. Und dann sehen wir weiter. Beziehungsweise, ich glaube, wir brauchen gleich zwei, wenn wir wirklich die Werkzeugfabriken umstellen wollen. Okay, nächstes Gebiet ist Perm. Schauen wir uns da an, was los ist. Die Stahlwerke arbeiten noch nicht gut, weil wahrscheinlich die Werkzeugfabriken zu wenig nachfragen am Ende. Wir können aber auch hier nicht mehr produzieren. Okay, hier ist alles einigermaßen trotzdem ganz gut und günstig. Hier brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht eingreifen. Sehr schön. Ural übrigens jetzt inkorporiert hier. Hier könnten wir theoretisch was machen. Aber brauchen wir im Moment, glaube ich, auch nicht. Was habe ich jetzt hier für Lags? Machen wir mal weiter in Luhansk. Auch noch ein wichtiger Bereich. Hier haben wir unsere Kanonengießereien. Das läuft preislich auch sehr gut. Im Moment haben wir das ganz gut. Hier alles ausgeglichen, wie mir scheint. Das gefällt mir, außer natürlich, dass hier Werkzeuge zu teuer sind. Eigentlich brauchen wir hier ebenso eine Werkzeugproduktion. Die werden wir hier auch aufbauen. Das ist ja auch ein Cluster. Und dementsprechend werden wir dann auch Eisen minen. Und wir werden hier Holz benötigen. Okay. Gut. Moskau hatten wir schon gecheckt. Kiew. Kiew ist ja eigentlich wichtig für die Lebensmittelproduktion. Der Lebensmittelpreis staatsweit ist relativ günstig, glaube ich. Plus 20 Prozent. Naja. Können wir auch was machen. Aber ich sehe gerade, hier gibt es Infrastrukturprobleme. Da könnte man was verändern über Gaslaternen. Hier wird zwar keine Kohle gefördert, machen wir aber trotzdem. Und ich glaube, wir bauen hier noch eine Lebensmittelfabrik aus. Und dann haben wir hier St. Petersburg. Mit den Papierfabriken. Immer noch relativ teuer. Weil Schwefel hier auch relativ teuer ist. Ich würde sagen, wir bauen aber trotzdem aus. Okay. Gut. Das waren die wichtigsten Staaten, die wir jetzt eigentlich weiterentwickeln wollen. Hier oben in Tver gibt es auch eine Kunsthochschule. Die ist aber privat gegründet, oder? Wahrscheinlich, weil das Papier hier so günstig ist. Ja, eine clevere Gründung. Kann ich gut nachvollziehen. Wir könnten überlegen, ob wir Kunstwerke, beziehungsweise, das können wir eigentlich auch abschaffen. Aber ob wir vielleicht die Luxusmöbel von woanders importieren, bin mir nicht sicher. So, Württemberg hat schon mal direkt kapituliert. Da sind die Österreicher durchgedrungen. Und es ist tatsächlich so, dass die Preußen nicht in der Offensive sind. Ich verstehe es nicht. Die haben dort komplett ihren Verteidigungsbefehl gesetzt. Wie wollen die denn diesen Krieg gewinnen? Es gibt einen toskanischen Bauernaufstand. Also das bleibt völlig unklar. Leider gibt es bürokratische Verwicklung. Diejenigen, die auf der Durchsetzung eines neuen Gesetzes hinarbeiten, auf die, mussten feststellen, dass sie in einem besonders komplexen Ablauf bürokratischer Vorgänge stecken. Die Arbeit hin zu der Reform ist damit nahezu vollständig zum Stillstand gekommen. So, verdammt sei dieses verbrochene Rechtssystem. Minus 10 Prozent wieder. Oder lasst uns wenigstens ein bisschen was von diesem ganzen Papierkram beschneiden. Erhöht Bürokratie. Also reduziert Bürokratie, das ist nicht gut. Radikalität will ich auch nicht weiter forcieren. Ja, müssen wir leider mit leben. Ärgerlich. 28 Prozent ist das ganze Rundergänge. Schade drum. So, jetzt sind es die Österreicher, die marschieren. Und ich bin gespannt, in welches Gebiet sie eindringen werden. Ich hoffe, ein preußisches. Ja, das haben sie als Ziel auserkoren. Österreich gegen Hamburg. 29,42. Werden sie verlieren. Und hier, oh, wir sind tatsächlich mit Voronzov hier schon in der Verteidigung. Und die wiederum, die erledigen wir ganz gut. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hervorragend. Hier ist uns ein defensiver Sieg gelungen. Aber ob das hilft in diesem Kriegsverlauf, sieht im Moment ehrlich gesagt nicht so aus. Zumal die Franzosen hier leider einfach durchmarschieren können. Und das ist wirklich ärgerlich. Ich meine, jetzt kommt hier eine kleine Armee oder ist da. Aber dass sie hier immer noch nicht ihre Flanken schützen können, das ist wirklich bitter. Das dürfte nicht sein. Wenn die Franzosen in den Krieg eintreten, dann müssen sie einfach hier Armeen hinstellen. Dass das nicht passiert, schade drum. Nun gut, wir beenden erstmal diese Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.